Meine Kollegin Jeannette Clark ist im Einsatz, hat schon Stimmen eingehört. Jeannette, wie ist denn die Stimmung bei den Grünen? Naja, was soll man nach diesem Wahlabend erwarten von einer Partei, die desaströse Ergebnisse eingefahren hat, wie ja alle Ampelparteien hier in Sachsen und in Thüringen, durch die Ergebnisse nicht nur dieser Wahlen, sondern ja auch beispielsweise der Europawahlen, die sozusagen Quittung der Wähler bekommen haben. Also die Grünen, das war auf der einen Seite keine Überraschung, diese Ergebnisse, die sie gestern eingefahren haben. In Thüringen, sehr bitter, werden die Grünen ja nicht mehr im Landtag sitzen. Da erreicht man nur 3,2 Prozent. Und vor allem wird man ja nicht mehr an einer Landesregierung beteiligt sein. Zehn Jahre immerhin haben die Grünen in Thüringen, daran sei nun mal erinnert, ja mitregiert als kleiner Partner in Rot-Rot-Kron unter Bodo Ramelow. Und jede Regierungsbeteiligung gibt natürlich den Grünen auch mehr Macht im Bundesrat. Die Grünen konnten sich darauf einstellen, haben auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erwartet, dass sie in Thüringen einziehen, muss man hier aus bundespolitischer Sicht sagen. Denn keiner der beiden Parteivorsitzenden war gestern Abend beispielsweise nach Thüringen gefahren. In Thüringen hat man bei der Kommunalwahl in diesem Jahr, bei der Europawahl in diesem Jahr schlecht abgeschnitten und nur bei 4,1 Prozent gelandet. Also das keine Überraschung, aber natürlich bitter. Die sächsischen Grünen, die sind etwas besser weggekommen. Da schaffte man ganz knapp um Haaresbreite mit 5,1 Prozent wieder den Einzug in den Landtag. Aber auch da sieht es für eine weitere Regierungsbeteiligung, da waren die Grünen ja in einer Kenia-Koalition unter dem CDU-Ministerpräsidenten Michael Gretschmer in den vergangenen fünf Jahren. Also dafür sieht es ja schlecht aus. Die Kenia-Koalition hätte überhaupt keine Mehrheit im neuen Landtag. Und Michael Gretschmer, der CDU-Ministerpräsident, muss man sagen, der hat auch im Wahlkampf sich ganz klar positioniert gegen seinen eigenen Koalitionspartner, gegen die Grünen und hat gesagt, er empfiehlt seiner Partei der CDU weder im Bund noch in den Ländern weitere Koalitionen mit den Grünen. Und jetzt gäbe es theoretisch eine Option für sozusagen die Grünen an der Macht in Sachsen zu partizipieren, in einer möglichen Koalition CDU, BSW und Grüne. Aber dem haben sie selbst schon eine Absage erteilt. Emily Brüning, die politische Bundesgeschäftsführerin, hat gesagt, also da gehen die Unterschiede zwischen Bündnis Sarah Wagenknecht und den Grünen, was die Ukraine-Politik, die Ukraine-Unterstützung anbelangt, ja sehr weit auseinander. Also zwei Regierungsbeteiligungen, wie es aussieht, zum einen ganz sicher, zum anderen sehr wahrscheinlich weg für die Grünen, damit im Bundesrat, wenn man mal die Länder betrachtet, nicht mehr an zehn Landesregierungen beteiligt, sondern an acht, sehr bitter, auch weil man ja im vergangenen Jahr schon in Berlin und in Hessen die Regierungsbeteiligungen verloren hat. Also das ist natürlich für die Grünen bitter und das war auch ein Wort bitter, was man gestern und heute auch hier vermehrt gehört hat. Und auf der anderen Seite auch das Wort Zäsur, um das vielleicht noch zu sagen, nämlich, dass die AfD ein solches Ergebnis erreicht hat. Also das ist natürlich hier bei den Grünen nicht gut aufgenommen worden, weil man sich im Wahlkampf ja auch positioniert hatte gegen populistische und extremistische Kräfte. Also die Stimmung bei den Grünen, was die Landtagswahlen anbelangt, natürlich nicht gut, aber die Stimmung, was die weitere Arbeit hier in der Ampelkoalition in Berlin anbelangt, die ist auch nicht allzu gut. Genau, das wäre jetzt mal eine Nachfrage gewesen, Janett Clark. Nach dem allem, was Sie gerade ausgeführt haben, geht es natürlich auch an die Ursachenforschung. Was ist der Grund? Die anderen haben alle einen Sündenbock ausfindig gemacht, nämlich die Ampel. Und da scheint es aber eben innerhalb der Ampel, die ja nun immerhin aus drei Parteien besteht, noch die Grünen offenbar besonders stark getroffen zu haben als Sündenbock. Also Mario Vogt sprach eben auf der Pressekonferenz auch wieder von einer Politik der Bevormundung. Er hat jetzt die Grünen nicht genannt, aber man merkt immer, da gehen so die Sticheleien in diese Richtung. Empfindet man das so auch bei den Grünen, dass man da irgendwie unter den Ampelparteien besonders stark betroffen ist? Ja, was die Wahlergebnisse anbelangt und vor allem das sogenannte Grünen-Bashing, wie es hier aus der Partei durchaus genannt wird. Also Sie haben es angesprochen, Mario Vogt in Thüringen, aber vor allem Michael Kretschmer in Sachsen. Das hat hier Ricarda Lang, die Parteichefin, auch heute nochmal gesagt. Also dieses grüne Bashing, also das Feindbild der Grünen gerade von Seiten der CDU aufrecht zu erhalten und damit Wahlkampf zu machen gegen einen eigenen Koalitionspartner in Sachsen, aber auch hier von Bundesseite her vom Parteichef Friedrich Merz. Also das hat man hier bei den Grünen immer wieder betont und da natürlich ein bisschen die Schuld sozusagen abgeschoben. Aber man muss auch sagen, die Grünen haben ja keine Antwort darauf gefunden auf diese Angriffe von Seiten der CDU. Also damit müssen sie natürlich umgehen, aber sie müssen natürlich auch schauen, wie geht es weiter in der Ampelkoalition. Denn arg gebeutelt ist ja vor allem auch die FDP, die ja gar nicht mehr messbar war jetzt bei diesen Landtagswahlen und auch nicht mehr in den Landtagen vertreten ist. Also wie wird sich diese Ampelkoalition in Berlin zusammenraufen? Was hat man eigentlich noch? Welche Begründungen hat man eigentlich noch hier gemeinsam die nächsten zwölf Monate bis zur nächsten Bundestagswahl zusammen zu regieren? Der Co-Parteichef Omid Muripur, der hat gestern auch gesagt, natürlich aus der Bundespolitik gab es keinen Rückenwind für die Wahlkämpfer in den Landtagen. Und der Streit, der überflüssige Streit in der Ampelkoalition habe natürlich nicht geholfen. Und alle wollen jetzt einen Blick nach vorne richten. Also was gilt es jetzt noch anzupacken? Denn einiges steht noch im Koalitionsvertrag, aber auch da ist natürlich Konfliktpotenzial. Also hat die Ampel noch genug Kraft und Einigkeit, einige Sachen noch umzusetzen? Dazu hören wir jetzt vielleicht auch was in der Pressekonferenz. Frau Lang und Frau Lang hat das Wort. Im Anschluss haben wir Zeit für Fragen. Gestern Abend war ein schwieriger Abend, nicht nur für uns, sondern für das ganze Land. Erstmalig ist die AfD in Thüringen in einem Landtag stärkste Kraft geworden. Und das ist eine historische Zäsur. Ich war in den letzten Wochen viel in den beiden Bundesländern unterwegs und ich habe dort viele Menschen getroffen, von denen ich weiß, dass sie sich jetzt Sorgen machen. Eine Mitarbeiterin im Frauenhaus, die schon vor den Landtagswahlen gesagt hat, wir wissen nicht, ob dieses Haus in Zukunft noch finanziert wird. Menschen mit Migrationsgeschichte, die Angst haben, dass Rassismus und Ressentiments jetzt noch mehr zunehmen. Menschen, die einen Christopher Street Day besuchen und dabei eigentlich von Polizei geschützt werden müssen, damit sowas überhaupt noch stattfinden kann. Und ich will ja auch die Worte nennen von einer sehr beeindruckenden Frau, von Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, die gestern darauf hingewiesen hat, dass Deutschland nun ein anderes Land werden könnte. Solche Worte müssen wir ernst nehmen. Es ist unsere Aufgabe und das werden wir auch in Sachsen und in Thüringen natürlich tun in den nächsten Jahren, aber auch bundesweit, den Menschen, die jetzt Angst haben, den Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen, an der Seite zu stehen und mit ihnen gemeinsam Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Aber natürlich müssen wir uns auch fragen, wie konnte es zu diesem Ergebnis kommen, und welche Verantwortung trägt jetzt jeder politische Akteur und vor allem, was können wir tun, um dafür zu sorgen, dass es in Zukunft nicht genauso aussieht. Denn solche Ergebnisse für Rechtsextreme und Populisten ist nichts, an das wir uns irgendwann gewöhnen dürfen. Wir haben eine Situation, wo auf der einen Seite die Regierungsparteien massiv an Vertrauen verloren haben und auf der anderen Seite die demokratische Opposition, die Union, davon nur wenig profitiert hat. Vor allem haben profitiert Rechtsextreme und Populisten. Das muss ein Warnsignal sein an alle demokratischen Kräfte, jetzt zu überlegen, wie können wir das ändern. Da schaue ich zum einen auf uns als Teil dieser Bundesregierung und wir sehen, dass es immer eine größer, eine immer größer werdende Kluft gibt zwischen den Bürgerinnen und den Bürgern und den Parteien, dass viele Menschen sich nicht gehört fühlen und es auch nicht ausreichend werden. Hier reicht es jetzt nicht zu sagen, wir müssen einfach nur besser erklären, wir müssen einfach nur besser kommunizieren. Offensichtlich haben wir es nicht geschafft, in einer Zeit, die für viele Menschen mit Unsicherheit verbunden ist, wo man weiß, dass viel Vergangenes abgeschlossen ist, aber noch nicht, wie eigentlich die Zukunft aussehen soll, den Menschen die notwendige Stabilität zu geben. Die Ära Merkel ist zu Ende gegangen, die für viele mit Stabilität verbunden war. Einiges Neues wurde auf den Weg gebracht, aber es ist nicht gelungen, diese neue Stabilität zu schaffen. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Da müssen wir auch inhaltlich liefern. Ich will einen Bereich dabei als Beispiel in den Blick nehmen und das ist die soziale Sicherheit. Wenn bei einem Wahl soziale Sicherheit für viele Menschen eines der entscheidenden Themen war und gleichzeitig Rechtsextreme und Populisten gewinnen, alle Parteien, die in der Regierung vertreten sind, verlieren, dann ist das ein großes Problem. Und dann müssen wir hier schauen, wie wir mehr Sicherheit geben können, gerade wenn es um Fragen geht, wie bezahlbar ist eigentlich mein Leben. Also kann ich mir meine Miete noch leisten? Kann ich mir den Wochenendeinkauf leisten? Reicht mein Lohn dafür aus? Und ich glaube, bei diesen Fragen sehen wir, dass wir den Anforderungen nicht gerecht werden innerhalb der Bundesregierung. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Gleichzeitig tragen alle demokratischen Parteien Verantwortung in dieser Situation. Und ich möchte hier auch auf die Union schauen. Dabei geht es mir gar nicht darum, wer ist nett zu wem oder wer ist fies zu wem. Das hält man alles aus im Wahlkampf. Sondern es geht darum, Strategien zu analysieren, zu schauen, ob sie funktionieren. Die Union hat insbesondere in Sachsen mit Michael Gretschmer sich darauf fokussiert, in den Wettkampf der Populisten einzutreten, in der Hoffnung, damit Populisten und rechtsextremen Wählerstimmen abluchsen zu können. Das hat, wenn man sich die Ergebnisse der AfD anschaut, nach des BSW nicht funktioniert. Es hat aber die demokratische Mitte geschwächt. Und es hat auch zu Wahlergebnissen geführt, die jetzt unfassbar schwierige Regierungsbildungen nach sich ziehen, wo eigentlich kaum noch demokratisch stabile Mehrheiten vorhanden sind, sondern in sehr, sehr schwierige Verhandlungen eingetreten werden muss. Ich wünsche allen Beteiligten dabei viel Erfolg. Ich will aber auch sagen, es sollten zwei Dinge sehr klar gelten. Erstens. Wir haben viele Stimmen gehört, gerade auch aus den Bundesländern im Osten innerhalb der letzten Wochen, die Angst davor haben, was passiert, wenn Rechtsextreme an Macht gewinnen. Übrigens auch aus der Wirtschaft, wo viele Unternehmen davor gewarnt haben, dass eine rechtsextreme Machtanteilnahme in welcher Form auch immer dazu führen könnte, dass kaum noch Fachkräfte gefunden werden, dass es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt in diesen Bundesländern, wo eigentlich gerade das Potenzial für den wirtschaftlichen Aufschwung liegt. Hier muss klar sein, auch aus diesem Grund, aber auch aus vielen, vielen anderen, dass es keine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen geben darf. Zweitens. Und Richard Gretschmer hat schon seine Offenheit dafür gezeigt, mit dem BSW zu verhandeln. Und verhandeln wird man auch müssen in den schwierigen Situationen in den Bundesländern. Aber hat doch Sarah Wagenknecht während des Wahlkampfs sehr klar gemacht, dass die Voraussetzungen für eine gemeinsame Koalition für sie das Ende der Unterstützung der Ukraine ist. Hier trägt die Union über diese Bundesländer hinweg Verantwortung, auch mit Blick auf ihre eigene außenpolitische Glaubwürdigkeit. Man könnte sogar sagen, auf ihre eigene DNA. Das ist klar, in den Koalitionsverhandlungen, in Regierungsverhandlungen darf es nicht dazu kommen, dass die Solidarität mit Ukraine aufgekündigt wird und dass die Ukraine zum Opfer dieser Koalitionsverhandlungen gemacht wird. Ich weiß, dass es sicherlich viele Fragen gibt, was das Thema Landtagswahlen angeht. Natürlich ist das auch für mich heute das bestimmende Thema. Aber ich möchte noch ein weiteres ansprechen. Mich hat am Wochenende eine Nachricht erreicht, die mich persönlich sehr getroffen hat. Und zwar, dass sechs weitere Menschen, die von der Hamas verschleppt und gefangen gehalten wurden, ermordet aufgefunden wurden. Meine Gedanken sind bei ihren Familien und bei ihren Freunden, die monatelang auf bessere Nachrichten gewartet haben, die gehofft haben und jetzt diesen Tod verarbeiten müssen. Unter ihnen ist auch Carmel Gatt, für die ich eine politische Patenschaft übernommen hatte. Ich hatte gestern mit ihrem Bruder, mit dem ich immer wieder in Kontakt war, gesprochen, habe ihm mein Beileid ausgesprochen, auch mein Beileid an die ganze Familie weitergegeben. Und es schmerzt, wenn man in diesen Gesprächen merkt, wie hart darum gekämpft wurde, dass man seine eigene Schwester wieder lebend zu sehen bekommt. Und natürlich sind meine Gedanken auch ganz konkret bei der Familie von Carmel. Ich kann nur erahnen, wie es ihm und allen Angehörigen nur geht. Und ich kann ganz klar sagen, wir verurteilen diese Morde, diesen Terror der Hamas aus Schärfste. Sie zeigen wieder mal, mit welchen Verhandlungspartnern es in dieser Situation zu tun hat. Und gleichzeitig ist auch in dieser schwierigen Situation klar, die Verhandlungen müssen zu einem Abschluss kommen. Für die noch sich in Haft befinden oder sich im Geiselhaft befindenden Geist und ihre Familien. Für die Zivilbevölkerung Gazas, denen es weiterhin an allem fehlt, was zum Leben braucht, wo Hunger und Durst, Krankheiten und Trauma herrschen. Und der Druck auf eine solche Verhandlungslösung, der nimmt auch in der israelischen Bevölkerung zu. Das zeigen die großen Demonstrationen und der heute beginnende Streik. Dann kommen wir zu den Nachfragen. Die erste von Herrn Besicke von RTL. Und dann noch Herr Justus. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zu den Landtagswahlen. Und zwar geht es mir um speziell die jungen Wählergruppen, also die 18- bis 24-Jährigen. Ich glaube, die Zahlen kennen sich. Ich trage es trotzdem noch mal kurz vor. Thüringen, die AfD, dort von 20,5 beim letzten Mal auf 38 gestiegen. Grüne 11,5 auf 5 gefallen. Und in Sachsen liegt die AfD bei 18- bis 24-Jährigen bei 31 Prozent. Und die Grünen sind auf 8 gefallen. Das sind auch 15,5 oder so weniger als beim letzten Mal. Die Frage ist, die Grünen waren ja eigentlich mal die Partei der jungen Leute. Wie konnte das passieren, dass man die derart verlieren konnte? Und was resultiert da für ein Handlungsbedarf draus? Das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann. Man kann nicht sagen, auch die Jungen, die haben wir ja im Sack. Die wählen uns eh. Ich glaube, das zeigen die Ergebnisse der Europawahlen. Das zeigen die Ergebnisse hier nochmal in ganz besonderem Maße. Sondern wir müssen um junge Wählerinnen und Wähler kämpfen. Und wenn wir uns die Generation anschauen, die jetzt gerade zum ersten Mal wählen darf, dann haben wir eine Generation, die wahrscheinlich wie kaum eine andere die Krisen der letzten Jahre am unmittelbarsten mitbekommen hat. Die waren als große Flüchtlingsbewegung hier nach Deutschland kommen, in der Schule, wo es doch in vielen Unterrichtsklassen zu Überforderungen kam. Die waren während Corona zu Hause, durften vielleicht ihre Eltern sehen, hatten noch Angst, ihre Großeltern anzustecken und mussten währenddessen Online-Unterricht aushalten, der wirklich manchmal eher aushalten als mitmachen war, weil eigentlich rein gar nichts funktioniert hat. Und die haben dann, als sie dann ihre Jugendzeit verlassen haben, immer mehr in Richtung Erwachsenenalter gegangen sind. Eine Situation, wo es Krieg auf europäischem Boden gibt, als so eine Gewissheit, mit der meine Generation und auch die nach mir aufgewachsen sind, dass wir in Frieden leben werden, dass Frieden eigentlich dauerhaft gegeben ist, wo die plötzlich in Frage gestellt wird. Und wenn wir auf diese Generation schauen, dann war der Antritt von uns Grünen als Teil der Bundesregierung, und an der Stelle würde ich auch sagen, der FDP, die es sehr gut abgeschnitten hat bei Jungwählerinnen, bei der Bundestagswahl, vielleicht auch so eine Art Versprechen, zu sagen, jetzt musstet ihr vieles einstecken, jetzt musstet ihr gerade während Corona an vielen Stellen zurückstecken, jetzt seid ihr mal dran, jetzt kümmern wir uns um euch. Und das haben wir nicht gut genug eingelöst, dieses Versprechen, und das muss jetzt nachgeholt werden. Da schaue ich auf Fragen von, auch hier, Bezahlbarkeit, gerade die Mietenpolitik spielt für junge Leute eine riesige Rolle. Da schaue ich auf natürlich Fragen von Klimaschutz, also wie sehr wird eigentlich auch meine Zukunft geschützt. Da schaue ich aber insbesondere auch auf das Bildungssystem. Denn wir müssen ja ehrlicherweise sagen, viele Lehren, die man aus Corona hätte ziehen können, die wurden nicht gezogen. Da gibt es immer noch Schultoiletten, vor denen man sich ekelt, und wo man am liebsten sein eigenes Klopapier mitnimmt, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass welches da ist. Das ist immer noch so, dass europaweit, wie im Durchschnitt, bei uns der Bildungserfolg sehr, sehr stark vom Einkommen der Eltern abhängt. Und es ist so, dass wir über alle Altersklassen hinweg eher bei der Leistung nachlassen, was natürlich auch für Schülerinnen und Schüler kein gutes Zeichen ist. Sonst geht es ja um ihre eigene, auch berufliche Zukunft. Und an dieser Stelle kann man es sich leicht machen und sagen, aber die Länder, die müssten dafür zuständig sein. Die Länder sagen, aber der Bund müsste ja auch irgendwas machen. Ich glaube, wir brauchen hier eine geeinte Kraftanstrengung, einen Bildungspakt zwischen Bund und Ländern, wo man wirklich mal sagt, was können wir dafür tun, dass die Schulen besser ausgestattet werden, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer bekommen, das heißt auch Attraktivität dieses Jobs gesteigert wird, und dass es zusätzliche Berufe von Sozialpädagoginnen bis Psychotherapeuten mit an den Schulen gibt, die dann die Menschen auch unterstützen können. Das wäre ganz konkret etwas, was wir jetzt der Jugend anbieten können und zeigen, ja, wir hören euch und wir hören auch euren Frust. Wenn wir jetzt ganz konkret auf die Ergebnisse von rechtsradikalen Parteien schauen, müssen wir aber natürlich auch über Radikalisierung im Netz sprechen, denn wir sehen, dass dort mit Desinformation, mit Falschinformation, mit Hass und Hetze Propaganda betrieben wird. Hier müssen wir einmal als demokratische Kräfte sichtbarer, lauter, ich würde auch sagen klarer, weniger technokratischen der Sprache, weniger Palaver mehr auf den Punkt kommen, aber natürlich uns auch anschauen, wie wir eigentlich diese Plattformen in Verantwortung nehmen. Das ist nicht die einzige Lösung, keine Frage, aber natürlich kann es nicht sein, dass mit Hass, Hetze und Menschenverachtung am Ende auch richtig gut Geld gemacht wird. Dann Herr Justus, bitte. Und Sie dürfen dann weitergeben an Frau Herzog. Das mache ich. Frau Lang, Sie haben gesagt, die Migrationspolitik sei nicht das entscheidende Thema bei den Landtagswahlen im Osten gewesen. Bleiben Sie dabei? Glauben Sie wirklich, dass 30 Prozent der Bürger die AfD gewählt haben, weil sie beispielsweise mit dem ÖPNV auf dem Land unzufrieden sind? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ich habe nicht gesagt, dass es das eine entscheidende war, weil es das, glaube ich, bei Wahlen überhaupt nicht gibt, dass man sagen kann, alles hängt an einem Thema. Und wenn man das tun würde, würde man es sich auch zu leicht machen und am Ende die politische Antwort darauf reduzieren. Natürlich hat insbesondere mit der Woche zuvor, mit dem Anschlag in Solingen, das Thema innere Sicherheiten, auch das Thema Migration bei vielen Leuten eine große Rolle gespielt. Nicht umsonst haben wir in der letzten Woche immer wieder Vorschläge gemacht, wie wir hier vorankommen können. Also mit Blick darauf, auf der einen Seite unsere Sicherheitsbehörden besser auszustatten, damit sie tatsächlich auch ihren Job machen können, ohne dass junge Polizisten davon erzählen, dass sie hunderte Überstunden machen und gar nicht mehr wissen, wie sie diesem Job gerecht werden können. Aber auch, dass wir Durchsetzungsprobleme, die es zum Beispiel bei den Abschiebungen gibt, endlich angehen, zwischen Bund und Ländern. Denn am Ende müssen sich die Menschen darauf verlassen können, wenn es Gesetze gibt in diesem Land, dass diese auch umgesetzt werden. Wenn der Staat A sagt, dass er auch B sagen muss, hier haben wir viele Vorschläge gemacht, wie das verbessert werden kann. Was für mich ganz wichtig ist, sowohl wenn ich auf die Debatte schaue, als auch auf Gespräche, die ja in den nächsten Wochen auch hier stattfinden werden, ist, dass wir uns in der Demokratie die Kraft zur Differenzierung erhalten. Denn am Ende müssen wir in der Lage sein, zu differenzieren zwischen islamistischen Straftätern, Terroristen, die hier Schutz suchen, am Ende aber den Schutzanspruch missbrauchen, um schwerste Gewalttaten zu begehen, Menschen zu vergewaltigen, Menschen zu töten, die ihren Schutzanspruch damit verloren haben und die in aller Härte bestraft werden sollten. Und den Menschen, die hier Schutz suchen, die hier herkommen und die sich in die Gesellschaft integrieren, die Teil dieser Gesellschaft werden und diesen Schutzanspruch auch weiter haben. Und ich glaube, diese Kraft der Differenzierung zu unterscheiden zwischen denen, die den Anspruch ausnutzen und denen, die ihn haben, zwischen denen, die Straftaten begehen und denen, die hier Teil dieser Gesellschaft werden, das ist unfassbar wichtig. Und da muss ich sagen, da habe ich manche Dinge gehört in der letzten Woche, wo das doch sehr viel ineinander gemischt wurde. Wenn plötzlich davon gesprochen wird, dass es einen allgemeinen Aufnahmestopp geben soll gegenüber Syrern und Afghanen, wurde halb so wieder zurückgenommen danach. Was ich damit tue, ist ja einen Teil dieser Gesellschaft, und zwar die Menschen, die aus diesen Ländern geflohen sind, unter Generalverdacht zu stellen. Ich sage nicht, der Islamist ist das Problem, sondern der Afghan ist das Problem, der Syrer ist das Problem. Was daran so schwierig ist, ist, dass hier ja genau die Menschen, auch Muslime und Muslimas, die sich hier in diesem Land integrieren, die Teil dieser Gesellschaft sind, brauchen im Kampf gegen den Islamismus. Die sind auch davon betroffen, und wir werden sie brauchen, gerade mit Blick auf muslimische Communities. Das heißt, klare Kante gegen islamistischen Terror, klare Härte gegenüber schweren Straftätern, aber ohne Generalverdacht und mit dem Erhalt von dem, was auch unser Wesen hier in Deutschland ausmacht. Und das ist unser Grundgesetz. Und da kann ich nur appellieren, wenn ich jetzt manche höre wie Markus Söder, die jeden Tag eine neue Forderung ausstellen, die gar nicht umsetzbar ist, ja, was mache ich denn damit? Ich schaffe nur Frust. Ich besaune etwas raus, obwohl ich weiß, dass es gar nicht machbar ist in unserem Rechtsrahmen, übrigens auch im europäischen Rechtsrahmen. Dann wird es nicht umgesetzt. Dann gibt es Frust bei der Bevölkerung. Dann sage ich, schaut, da ist der große Frust. Da müssen wir jetzt darauf reagieren. Da würde ich mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit von allen Zeiten wünschen in der Debatte. Frau Herzog. Zur Nachfrage, aber das heißt, Sie würden sagen, die Migrationspolitik hat doch eine sehr große Rolle bei dieser Wahl gespielt. Wie gesagt, ich habe an keiner Stelle gesagt, dass ein Thema keine Rolle gespielt hat, sondern ich habe gesagt, dass es nicht das eine entscheidende Thema gibt. Und dabei würde ich auch stehen, das gilt übrigens auch für andere Themen. Sie können sich vorstellen, in Parteien hat man ja auch manchmal engagierte Wahlauswertungsdebatten, wo dann jeder immer den einen Screenshot von einer Abfrage postet, der genau in die eigene Welterklärung passt und sagt, das war das eine Thema, das entscheidend war, da müssen wir jetzt drauf gehen. Der andere hat zufällig gerade den Screenshot von einer anderen Pole und sagt, nee, 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 das war das eine Thema. Und ich glaube, dem sollten wir uns verwehren, denn so einfach ist nie, dass diese Wahlen so abgelaufen sind, wie sie abgelaufen sind. Da spielen viele verschiedene Faktoren mit rein und auf alle müssen wir eine Antwort finden. Jetzt Frau Herzog. Können Sie noch mal sagen, stehen Sie weiterhin zur Ampelkoalition und führt Olaf Scholz die Regierung gut aus Ihrer Sicht? Und wenn ich jetzt so versuche, ein bisschen zu destillieren, was Sie bisher gesagt haben, dann sehe ich da bei Ihnen keine Notwendigkeit zu programmatischen Änderungen. Weil was Sie jetzt gesagt haben, das sind ja alles Dinge, für die Sie sich schon lange einsetzen, auch als Partei. Und Sie haben die Wähler damit bisher offenbar nicht überzeugt. Warum soll das jetzt künftig besser klappen? Zur ersten Frage, wir stehen zu unserer Verantwortung, die wir haben. Wir haben Verantwortung für vier Jahre übernommen und sind auch weiterhin bereit, der gerecht zu werden. Aber wir sind auch der Meinung, dass es, wie gesagt, jetzt nicht reicht, zu sagen, was wir alles Tolles gemacht haben innerhalb der letzten drei Jahre. und dass es auch nicht reicht, zu sagen, wir müssen einfach ein bisschen besser kommunizieren, einfach ein bisschen besser erklären, sondern wir müssen schon anerkennen, dass diese Regierung es bisher nicht geschafft hat, dem Land die Stabilität zu geben, die es verdient. Und dass wir, wenn wir daran arbeiten wollen, dafür auch etwas ändern müssen. Und zur zweiten Frage, ich glaube, dass die meisten Wahlen sich nicht allein in Programmatik erschließen, wer hatte hier den einen Bullet Point mehr oder den anderen Bullet Point weniger. Aber natürlich sind wir als Grüne immer bereit, uns anzuschauen, an welcher Stelle passt unsere Programmatik zur Realität. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen tut sie das, die, die ich gerade angesprochen habe, wenn wir darüber reden, Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, wenn wir über Investitionen, Bildung reden, wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden. An welchen Stellen hat sich aber auch die Realität verändert und muss sich unsere Programmatik verändern? Ich glaube, wenn man ehrlich ist, hat das keine Partei im letzten Jahr so häufig getan oder in den letzten zwei Jahren, wie es wir Grüne getan haben. Wenn ich da auf das Thema innere Sicherheit schaue, wenn ich auf das Thema LNG schaue, wenn ich auf das Thema Außenpolitik schaue, haben wir, glaube ich, immer wieder bewiesen, dass wir unsere Politik nicht nach irgendeiner Ideologie ausrichten, sondern dass die Ideologie, die man hat, am Ende die Wirklichkeit sein muss und man da nach seiner Politik ausrichtet. Eine Frage haben Sie jetzt ausgelassen, und zwar die Frage, ob Olaf Scholz die Regierung aus Ihrer Sicht gut führt. Ich habe ja etwas zur Ampel insgesamt gesagt und ich glaube, dass wir das nicht gut hinbekommen, gemeinsam den Menschen die notwendige Stabilität zu geben. Ich glaube aber auch, dass das gegenseitige Sticheln am nächsten Tag in Pressekonferenzen vermutlich nicht dazu beiträgt, dass es besser wird. Herr Schulze, bitte. Was heißt denn das Ergebnis für das Demokratiefördergesetz? Kommt das noch? Wir setzen uns ganz klar dafür ein, dass es kommt und es ist noch wichtiger geworden mit dem gestrigen Tag. Denn wir haben ja gerade in diesen Bundesländern Initiativen, die vor Ort oft auch, wenn ich gerade in ländliche Regionen schaue, wenn ich in Dörfer oder kleine Gemeinden schaue, dort die Flagge hochhalten für den Schutz der Demokratie. Und diese Initiativen arbeiten aber häufig projektbezogen. Das heißt, man weiß nie, wie es weitergeht. Die haben wenig finanzielle Sicherheit. Und wenn wir jetzt gerade sagen, wir wollen die Zivilgesellschaft unterstützen, wir wollen diejenigen, die sich gerade in Sachsen und Thüringen, gerade auch im ländlichen Raum für Demokratie einsetzen, unterstützen, dann tut man das nicht nur symbolisch und mit netten Worten, sondern sollte man das aus meiner Sicht auch gesetzgeberisch tun. Und deshalb sollte das Demokratie-Geförder-Gesetz so schnell wie möglich beschlossen werden. Herr Busch und danach Frau Kurz. Danke. Die Grünen bestreiten ja jemals Volkspartei, also dass sie jeweils eine Volkspartei werden wollten, aber eine Bündnispartei auf jeden Fall. Jetzt muss man ja sagen, sie stehen in der politischen Landschaft fast ein bisschen isoliert da. In Sachsen und Thüringen haben sie außerhalb der großen Städte zum Teil Ergebnisse von ein bis zwei Prozent. Wollen Sie noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen? Also zur ersten Frage, wahrscheinlich ist das ein bisschen Wortglauberei, was ja dahinter stand hinter der Bündnispartei, war zu sagen, dass man als grüne Partei sich nicht in einer Nische der Gesellschaft bequem macht, wo der Großteil der Menschen ähnlich denkt, wie man es selbst tut, sondern dass man ausgreift. Das heißt, dass man andere Gruppen anspricht und vor allem auch, dass man Bündnisse schmiedet zwischen Gruppen, die vielleicht in der Vergangenheit mal als unversöhnlich galten. Bei vielen Themen ist das gelungen, wenn ich zum Beispiel auf den Klimaschutz schaue, dann spreche ich heute mit Klimaschützern auf der einen Seite und mit Unternehmen auf der anderen Seite, die beide sagen, geht diesen Weg weiter, fallt da nicht zurück, wir brauchen die ökologische Modernisierung. Aber gleichzeitig muss man jetzt nicht drum herumreden, nicht schönreden bei den Wahlergebnissen, ist natürlich dieser Anspruch, den wir da aufgegeben haben, nicht erfüllt. Und jetzt geht es darum, gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, wie wir das ändern können, wie wir diesen Anspruch wieder mit Leben füllen können. Das heißt auch, um die Menschen zu kämpfen, die uns nahestehen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, jetzt zu sagen, naja, die sind abgehakt, jetzt geht es nur darum, andere zu erreichen, denn das geben auch die Wahlergebnisse nicht her. Aber natürlich den Anspruch nicht aufzureichen, in eine Breite der Gesellschaft reinzuwirken und vor allem damit auch Bündnisse wieder möglich zu machen in einer Gesellschaft, die nicht so polarisiert ist, wie es gerne behauptet wird, aber die doch und da haben die gestrigen Wahlen dazu beigetragen, eine immer größere Tendenz zur Polarisierung hat. Ich glaube, da hat es über den eigenen Wahlerfolg und den angestrebten Wahlerfolg auch eine gesellschaftliche Funktion, dass es eine Partei gibt, die versucht, Bündnisse zu schmieden aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Und bei der zweiten Frage, ich habe sie sehr oft hier nicht beantwortet in der Pressekonferenz, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir erleben hier, ich habe das am Anfang nicht ohne Grund gesagt, eine historische Zäsur. Ich glaube, jetzt ist nicht der Punkt, wo wir Grüne irgendwie über eine Kanzlerkandidatur fürs nächste Jahr reden sollten, sondern erst mal mit diesen Ergebnissen umgehen. Frau Kurz. Ja, Sie haben jetzt doch ein paar inhaltliche Punkte genannt. Trotzdem ist mir im Moment immer noch nicht klar, wie der große Plan aussehen soll. Sie haben von Stabilität gesprochen. Ich frage mich, wie diese Stabilität funktionieren soll in der doch relativ dysfunktionalen Ampel. Gibt es einen größeren Plan? Es gibt unser Angebot dafür, auch innerhalb der Bundesregierung zu schauen, an welchen Stellen vermissen die Leute eigentlich Stabilität. Das werden in Teilen inhaltliche Themen sein. Ich habe eines davon genannt, die innere Sicherheit ist auf jeden Fall auch eines. Das ist aber auch eine Frage von wie werden wir eigentlich regiert. Also ist das vor allem geprägt von Kompromissen, die immer wieder neu aufgemacht werden oder ist das geprägt von Verlässlichkeit? Und es ist natürlich auch eine Frage von wie erlebe ich den Staat, der um mich herum, sei es, ich mache ein Termin in meinem Bürgeramt, sei es bei mir gibt es noch eine Kita vor Ort, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das wären Aufgaben, die wir zu stellen können. Ich kann nur für uns sprechen, dass wir dazu bereit sind. Und wenn wir jetzt auf die Grünen schauen, den einen festen Plan gibt es jetzt nicht einen Tag nach der Wahl. Aber natürlich überlegen wir, wie wir uns jetzt ausstellen für das nächste Jahr, um wieder Menschen zurückzugewinnen, um Vertrauen zurückzugewinnen, um dem Anspruch der Bündnispartei wieder gerecht zu werden und vielleicht auch, um aus einer Situation, wo man vor allem sich in einer Defensive befindet, wo viel übereingeredet wird, wieder selbst positiv nach vorne, eine positive Erzählung, Themen zu setzen. Das ist da die Aufgabe. Jetzt liegt aber noch ein Schritt davor und darauf geht jetzt tatsächlich auch mein Fokus. Und das ist in drei Wochen die Wahl in Brandenburg. Denn tatsächlich geht es auch dort darum, ob es in Zukunft eine Stimme für Klima- und Naturschutz im Landtag geben wird. Auch dort wird es darum gehen, wie sehr stabile demokratische Regierungsmehrheiten möglich sind. Und natürlich fokussieren wir uns jetzt in den drei Wochen darauf, vor allem unsere Freunde in Brandenburg zu unterstützen mit allem, was wir haben. Herr Hansen und danach Herr Olk. Frau Lang, ich muss auch einmal nachfragen. Sie lassen mich auch ein bisschen ratlos zurück. Ich weiß nicht, was Sie uns gerade mitteilen wollen. Genau die Frage vor der Stabilität sagen. Sie räumen ein. Ihnen ist es nicht gelungen, einer Bundesregierung Stabilität zu vermitteln. Die Kluft zwischen Menschen und Politik sei so groß wie nie. Ich höre aber nichts gerade, was Sie eigentlich ändern wollen. Sie gerade eben sagten, die Grünen seien bereit zu was. Was konkret wird sich in der Bundesregierung ändern, im Regierungsstil oder auch an Handeln, um diese Kluft zu verringern? Und die zweite Frage, welchen konkreten Beitrag haben eigentlich die Grünen jetzt in Ostdeutschland geleistet für dieses oder eingefahren für dieses Ergebnis? Was heißt das auch für die Bundespartei? Da wird immer berichtet, dass gerade den Grünen wirklich Ablehnung bis zu Hass entgegenschlage in Ostdeutschland. Und wie erklären Sie sich das und droht nicht, das Ganze dann auch rüber zu schwappen nach Westdeutschland und ihre weiteren Wahlaussichten massiv zu beeinträchtigen? Also erstens, was muss sich eigentlich ganz konkret ändern? Ich glaube, die Menschen haben keine Lust auf durchhalte Parolen, wo ich jetzt sage, in der Ampel muss besser zusammengearbeitet werden, wir müssen alle netter zueinander sein, was sich dann als falsche Versprechung gepuppt. Deshalb werde ich hier jetzt auch keine Versprechung machen. Ich kann sagen, von unserer Seite aus, was sich ändern müsste, wäre, dass man miteinander in Stabilität arbeitet, dass man sich auf ein paar wesentliche Themen konzentriert, dort Kompromisse miteinander einhält. Und das heißt, den Menschen die Sicherheit, die sie ja oft in ihrem Alltag suchen, auch im Regierungshandeln gibt. Das heißt, hier wäre das A und O für mich Verlässlichkeit, dass Kompromisse nicht immer wieder aufgemacht werden, dass wir zu den Entscheidungen stehen, die wir getroffen haben, dass wir uns schnell und zügig umsetzen. Das wäre ein Bereich, den man ganz konkret ändern kann. Ich kann nur unsere Bereitschaft dafür signalisieren, aber wie gesagt, werde ich hier nicht in Beschwörungstirranneien verwandeln, die dann am Ende gegebenenfalls nicht eingelöst werden. Das Zweite, was ich auch schon angesprochen habe, ist die ganze Frage, wenn wir jetzt auch über den Haushalt sprechen, schaffen wir es eigentlich, in die Bereiche zu investieren, die notwendig sind, damit die Menschen eine stärkere soziale Sicherheit erfahren. Und das wird natürlich auch in den Haushaltsverhandlungen nochmal eine Rolle spielen. Offensichtlich, wie ich gesagt habe, wenn dieses Thema eines der relevanten ist, nicht das Einzige, aber eines der relevanten Themen und trotzdem alle drei Parteien, die in der Bundesregierung sind, verlieren, dort offensichtlich überhaupt auch an Kompetenz verloren haben, dann muss das doch ein Warnsignal sein. Dann müssen wir sehen, dass wir gerade beim Thema Gerechtigkeit und soziale Sicherheit nicht genug liefern und uns jetzt zusammensetzen und überlegen, wie können wir an dieser Stelle besser werden, wie können wir sie Sicherheit geben. Und das Dritte ist die Frage auch der Art der Politik. Und ich glaube, ich habe zu Beginn gesagt, viele Menschen fühlen sich nicht gehört und werden das auch zu wenig. Das ist natürlich auch eine Frage von wie geht man eigentlich auf Menschen zu. Wie gesagt, sagt man einfach besser erklären und dann wird das schon, dann hören die schon oder hören wir auch den Menschen mehr zu. Holt man sich mehr Expertise auch aus der Bevölkerung mit rein in die Politik, ist auch bereit, dafür neue Formate auszuprobieren. Wir haben das angekündigt bei der Europawahl und das gilt nach wie vor. Das ist das, was man nicht vielleicht in fünf, sechs, sieben Wochen umsetzt, aber was eigentlich die Aufgabe sein muss, dort auch eine andere Politik des Gehörtwerdens umzusetzen. Das gilt für uns als Bundesregierung, aber das gilt eben auch für uns als Grüne ganz konkret. Und das sind natürlich Punkte, wenn Sie jetzt sagen, wie konnte es dazu kommen, dass die Grünen in dem Maß Hassobjekt sind bei dieser Wahl, spielen natürlich auch die Punkte rein. Ich finde, als erste Stelle muss man überlegen, was können wir besser machen. Wir haben eine ausführliche Auswertung zur Europawahl gemacht. Das war genau der Punkt. Eine Politik des Gehörtwerdens stärker voranzubringen, die Menschen damit auch in ihren Sorgen ernst zu nehmen. Das war ein Punkt mit jungen Wählerinnen und Wählern, noch viele andere. Aber man muss auch sagen, wenn man auf diese Wahl gerade schaut, dann ist das natürlich etwas, was auch von anderer Seite und nicht nur von extremer Seite, da ist es vollkommen klar, dass mit Feindbildern agiert wird. Aber in diesem Fall natürlich auch von demokratischen Mitbewerbern, Feindbilder und Vorurteile immer wieder geschürt werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Vorurteile vorbeugen, wie man eben auch bestimmte Fehler nicht macht, wie man sehr klar zeigt, wir sind klar in den Zielen, aber auch pragmatisch im Weg. Ich würde aber auch an den politischen Mitbewerber appellieren, eine Politik, die vor allem Feindbilder schürt. Die hilft am Ende nicht der demokratischen Mitte, übrigens keiner Partei davon, sondern die hilft denen, die eigentlich die demokratische Kultur immer wieder angreifen, den Populisten, den Rechtsextremen. Da geht es nicht darum, dass irgendjemand nett zu jemandem sein muss. Wir können alle hart in einer Kampf ausfallen. Aber ich glaube, wenn Feindbilder irgendwann bei Menschen fast zu Angst führen, zu Hass, zu einer vollkommen verqueren Wahrnehmung der Realität, dann wäre es doch eine demokratische Aufgabe, demgegenzuwirken. Letzte Frage von Herrn Eug, dann kommen wir zum Ende. Frau Lange, auch noch mal zur Ampel. Sie haben das gesagt, das ist kein Kommunikationsproblem allein mehr, sondern es muss mehr geliefert werden. Die Frage ist ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt? Da haben Sie gerade davon gesprochen, Sie wollten keine Beschwörungstyrannei hier vorlegen. Auch mit Noripo hat gestern an gleicher Stelle gesagt, sein Glaube, dass es noch mal besser wird in der Ampel, sei zuletzt nicht gewachsen. Glauben Sie, das versuchte Beschwören des Gemeinsamen ist noch der richtige Weg? Oder wäre es jetzt nicht für die Grünen auch langsam an der Zeit, auf Abgrenzung auch zur Ampel zu gehen und das eigene noch mehr herauszustellen? Ich glaube, es ist richtig, weiterhin die Bereitschaft zu haben, Verantwortung zu übernehmen. Die Leute wollen ja, dass, wenn es eine Regierung gibt, sie auch regiert und dabei gute Arbeit macht. Gleichzeitig werden wir keine Naivität haben und jetzt sagen, lasst uns doch einfach alle nette zusammenarbeiten und warten, was passiert. Natürlich ist klar, das glaube ich, wir auch herausstellen werden und das tun wir ja gerade auch schon, wie würden wir es uns anders vorstellen? Wie könnte es anders aussehen? Das tun wir mit Blick auf Haushaltsverhandlungen, wo wir auf der einen Seite schwierige Kompromisse aushandeln, aber natürlich auch klar machen, was wäre eigentlich möglich, wenn wir eine andere Politik haben und natürlich auch Perspektiven für die Zeit nach dieser Ampel aufmachen, also für 2025 und später, also aufzuzeigen, wo wollen wir Grüne eigentlich hin? Wie wollen wir die Gesellschaft gestalten? Das ist immer ein Spagat in der Regierung, auf der einen Seite die Verantwortung innerhalb der Regierung zu tragen, aber auf der anderen Seite auch klarzumachen, wie es anders aussehen könnte und vor allem, für welche politischen Mehrheiten wir kämpfen. Und da kann man klar sagen, wir werden im nächsten Jahr für politische Mehrheiten kämpfen, die mehr Investitionen in das ermöglichen, was wir alle brauchen, Klimaschutz, Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Infrastruktur. Das wird etwas sein, für das wir ganz explizit als Grüne im nächsten Jahr uns einsetzen werden. Ja, ob das umsetzbar sein wird, wofür die Grünen sich innerhalb der Ampel stark machen werden, da wird auch ja sehr, sehr viel am Bundeshaushalt hängen. Wir erinnern uns noch mal zurück, wochenlang hatten die drei Ampel-Koalitionäre Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner sich über den Haushaltsentwurf 2025 gebeugt, hatten dann einen Kompromiss gefunden, dass er so erst mal in den Bundestag eingebracht wird, dann wurde das Ganze noch mal aufgemacht. Fakt ist, in der nächsten Woche beginnt die Haushaltswoche im Bundestag zum Bundeshaushalt 2025 und es ist immer noch eine zweistellige Deckungslücke in diesem Bundeshaushalt. Natürlich kann im parlamentarischen Verfahren noch was verhandelt werden, aber genau da stößt ja die Ampel sozusagen auch an ihre Grenzen. Wofür will sie gemeinsam noch Geld ausgeben? Wie viel Geld ist überhaupt noch da für das, was Ricarda Lang hier angesprochen hat, also für mehr soziale Sicherheit, für Daseinsvorsorge auf dem Land? Da hörte man doch schon einiges durch, dass die Grünen sich durchaus auch zwar zum einen bekennen zur Ampel, aber auch sich durchaus schon absetzen. Das hat er ja auch Omid Nouripour vergangene Woche deutlich gemacht mit seinem Begriff der Übergangsregierung dieser Ampel. Ganz konkrete Projekte wurden hier ja von den Journalisten durchaus erfragt. Die gibt es natürlich, die hat man jetzt durchaus heute und gestern schon mal von verschiedenen Ampelpartnern gehört. Also was steht denn ganz konkret noch an, was man in der Bundesregierung gemeinsam beschließen könnte, wenn man die Kraft und die Einigkeit hat und damit vielleicht auch Handlungsstärke demonstrieren könnte? Das ist das Rentenpaket 2, das der SPD beispielsweise wichtig ist. Da ist sie noch nicht auf einer Linie mit der FDP. Es gibt das Wachstumspaket, was man in der Ampel vor der Sommerpause vereinbart hatte, aber was noch lange nicht umgesetzt ist. Und auch beim Thema Mieten, da sind die Koalitionäre durchaus nicht so eng beieinander, obwohl das Ganze im Koalitionsvertrag steht. Und wie gesagt, letztendlich hängt es vor allem am Geld und am Bundeshaushalt. Morgen übrigens, weil das Thema Migration ja auch angesprochen wurde, auch da ist die Frage, wie sehr einig ist sich die Ampel in möglichen Verschärfungen, was das Thema Asylmigration anbelangt, im Nachgang zu Solingen. Morgen gibt es ein Treffen auf Arbeitsebene im Bundesministerium mit Vertretern der Länder, mit Vertretern der Union. Und dann soll es darum gehen, natürlich auch mit Ampelvertretern, was man gemeinsam umsetzen könnte an Verschärfungen, was Abschiebung anbelangt. Da wird es auch um verschiedene Unionsforderungen gehen. Und das wird natürlich auch noch mal ein Lackmustest sein. Also wie viel Kraft man hier auch in der Ampel noch hat, Gemeinsames zu beschließen in den nächsten 12 Monaten. Besten Dank. Janett Clark war das live aus Berlin nach der Pressekonferenz der Grünen nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Ja, es gibt einiges zu besprechen. Das machen wir hier weiter bei Phoenix. Bei mir im Studio ist Professor Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Guten Nachmittag, Herr Decker. Jetzt haben wir die Grünen-Vorsitzende gehört mit der Wahlanalyse der Grünen. Und auch unsere Korrespondentin hat das eingeordnet. Die Vorsitzende Ricarda Lang hat viel gesprochen, auch über Fehler aus der Corona-Politik, über die Nahost-Politik. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass wirklich die Wahlen in Sachsen und Thüringen im Vordergrund standen? Zugespitzt gefragt, haben die Grünen das Wahlergebnis schon verdaut? Ich denke, was im Vordergrund steht, ist, wie kommt man jetzt bis zum 28. September 2025? Dann finden die Bundestagswahlen statt. Und was man rausgehört hat, ist doch eine große Portion Rat und Hilflosigkeit. Auf der einen Seite gibt es natürlich noch eine Reihe von Dingen, auch im Koalitionsvertrag verankert, die abgearbeitet werden müssen. Der Haushalt ist ja noch lange nicht durch. Also es kann durchaus sein, dass jetzt auch im parlamentarischen Verfahren wieder Konflikte aufbrechen. Und der Glaube, dass, was das Management dieser Konflikte, auch Stichwort permanente Streitigkeiten, dass das besser wird in den jetzt noch bevorstehenden 13 Monaten, der scheint eben auch bei der Grünen-Vorsitzenden abhanden kommen zu sein. Man versucht gar nicht mehr, das schön zu reden und zu sagen, es wird besser. Also Ricarda Lang versucht das gar nicht mehr. Was sagt das eigentlich über den Zustand der Ampel und auch der Grünen? Sie hat ja eben auch mit Blick auf das, was dann nach der Bundestagswahl kommt, von der Zeit nach der Ampel gesprochen. Also eigentlich das aufgegriffen, was Ihr Co-Vorsitzender schon gesagt hatte, dass die Ampel nur eine Übergangsregierung ist. Das sind natürlich denkbar schlechte Vorzeichen, auch für den Wahlkampf. Aber wir haben das eigentlich bei der Ampel schon gesehen im ersten Regierungsjahr im Zuge der sich verschlechternden Umfragewerte, dass die Vertrauensgrundlage eigentlich weggebrochen war und alle Akteure dann auf eigene Rechnung gearbeitet haben. Und das ist vielleicht auch ein Vorwurf, den man noch den Grünen am wenigsten machen kann. Aber es hat sich eben für sie auch nicht ausgezahlt. Wenngleich, das muss man immer sehen, Ostdeutschland ist für sie sowieso ein schwieriges Terrain. Wenn Sie aber die bundesweiten Umfragen nehmen, stehen die Grünen von den drei Partnern ja immer noch am relativ besten da, selbst wenn die Werte eben auch deutlich zurückgegangen sind. Ricarda Lang hat jetzt gesprochen von einer historischen Zäsur. Das war sicher bezogen darauf, dass die AfD erstmals in einem Landesparlament stärkste Kraft geworden ist in Thüringen. Und die Grünen wollen jetzt mehr soziale Themen in den Vordergrund rücken. Ist das aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler die richtige Analyse an dieser Stelle? Oder hat das, ja, die Misere bei den Grünen auch noch andere Ursachen? Das ist natürlich ein naheliegender Rat, solche Themen auch in den Vordergrund zu stellen, bei denen einem selber dann auch eine größere Kompetenz attestiert wird von Seiten der Wählerschaft. Allerdings kann man ja andere Themen damit nicht ohne weiteres verdrängen. Also das Stichwort Migration spielte natürlich eine große Rolle. Und man muss natürlich auch immer sehen, dass die Themen miteinander verknüpft sind. Also gerade beim Migrationsthema sehen wir ja, wenn wir jetzt die Diskussion um das Bürgergeld haben, das ist eigentlich jetzt ein Verliererthema geworden für die linken Parteien, für die SPD und für die Grünen, weil es eben auch darum geht, wer ist anspruchsberechtigt beim Bürgergeld? Und da ist natürlich jetzt nicht die Migration die Mutter aller Probleme, wie Höcke immer sagt, aber natürlich ist die Migration auch mit solchen Fragen verknüpft. Und da sind die Grünen in der Defensive, genauso wie sie bei ihrem anderen großen zentralen Thema in der Defensive sind, wo ihnen ja auch eine Kompetenz zugeschrieben wird bei der ökologischen Transformation. Denn auch hier die ökologische Transformation, man spricht ja manchmal auch von der sozial-ökologischen Transformation, ist natürlich mit den sozialen Fragen aufs Engste verknüpft und die Grünen müssen sich selber fragen und fragen lassen, ob sie nicht diese soziale Dimension der ökologischen Frage total unterschätzt haben. Um das nur an einem Beispiel festzumachen, es war ja auch versprochen worden, dass man ein Klimageld einführt, um eben Härten dort abzumildern und darauf ist man nicht mehr zurückgekommen und wird man vermutlich auch nicht mehr zurückkommen. Also hier können die Grünen ihre soziale Kompetenz gerade nicht ausspielen. Sie haben das Thema Migration auch gerade angesprochen. Nun soll ja morgen da ein Treffen stattfinden mit Vertretern der Bundesregierung und auch mit Vertretern der Union. Es gab auch jetzt vor diesem Wahlwochenende schon ein Migrationspaket, was die Ampel vorgelegt hat, wo es auch um das Thema Abschiebungen ging. Für die Grünen kein leichtes Thema, wo man sich auch bisher dagegen sperrt, zum Beispiel weitergehend auch abzuschieben in gewisse Länder oder die auch mit einer Neubewertung der Lage mit dem Auswärtigen Amt so zu definieren, dass es leichter wäre. Wie sehen Sie das auch mit Blick jetzt auf die anstehenden Gespräche zum Thema Migration? Müssen sich die Grünen da verbiegen? Bleibt Ihnen überhaupt eine andere Wahl? Zerreißt es da auch irgendwann eine grüne Partei? Es hat ja in der Vergangenheit darüber auch schon Konflikte gegeben, etwa wie man sich jetzt zu den Maßnahmen auf der europäischen Ebene verhält. Aber ich glaube, die Grünen werden hier stärker, noch stärker unter Druck gesetzt werden. Sie können sicherlich reklamieren, weil die SPD an der Stelle dann auch mitgeht, dass man keine Dinge macht, die offensichtlich verfassungswidrig sind. Aber ich glaube, und das wird die Union jetzt versuchen, Stichwort Zurückweisung an den Grenzen, dass man sich da auch von grüner Seite weiter auf diese skeptischen und defensiven Positionen zubewegen muss. Interessante Aspekte, die wir jetzt gleich weiter besprechen. Frank Decker, danke bis hierhin. Untertitelung Vielen Dank.